Etwas ganz Besonderes hat sich der 1. FC Köln für seine Fans einfallen lassen. Beim Training konnten sie durch eine Snapchat-Live-Brille hautnah aus der Ego-Perspektive der Spieler dabei sein. Milo, sieht man da ganz normal durch, wenn man durchschaut? Ist ein bisschen dunkler, wie Sonnebrille, aber ist okay, kann man sehen alles. Und oben ist der Knopf, dann stellt man sie scharf. Ja, hier auf der linken Seite steht ein Knopf, muss ich drucken und dann die Brille. So funktioniert. Jojic's Fähigkeiten beim Ballhochhalten wirken aus seiner Sicht gleich noch etwas beeindruckender. Da게 ist er noch neben einer so sehr Bergisumu. Damit er noch einmal zur Angez�uan neighbors will, mais auch bei uns weiter sehen. Ich glaube, es ist wichtig. Hab bungherein. Viele Zahlen. Vulner Henderson. Tot es во wants plassetchen wird und es hält eher so Sie noch fragen, zugereistens haben wir es sowas, Untertitelung des ZDF, 2020